Der Manfred ist volle Hacke von der Perasse auf die Steine gesprungen. Und weil das ich gedacht habe, dann ist es sicher nicht so schlimm. Ja, das sah cool aus. Ah, es geht doch. Schimpf, schimpf, schimpf. Hilfe. War das einer von den Kleinen schon? Ja. Echt brav. Das hier auch. Ah, super. War es neiner oder war es mehr. Das waren zwei. Der blaue. Ein doll. Ja, nimmst du die Zigaretten mit? Habt ihr keinen Hunger? Die müssen immer herumlaufen und dann wieder essen. Die Steine sind ja wirklich Blut. Aber jetzt geht's. Der muss sich echt da hinten zwischen Säule und Schuhe durchquetschen. Sanni, komm schnell. Ja, Pitsch ist, du hast schon wieder den Rekord aufgestellt mit Schuhlehrfressen. Ich muss auch mal die Bommel da angucken. Verlegenheitskratzen. Was mache ich jetzt bloß? Ja, das war klar, dass du der erste bist, Schösser, der da draufkommt, dass man da graben kann. Ja, vor allen Dingen, dass man da durch sich quetschen könnte. Gell? Da muss man noch vielleicht durch die Beine. Guck mal, die hatte ich schon erkannt hier. Pino, nein. Ja, genau, beiß da mal rein. Piches, nein. 4, 2. Aber du hast noch nicht so viel gegessen. Komm her, Прiser. Ich will nicht, ich habe keinen Hunger. Ich habe vorhin gut genugelt. Ich habe keine Zeit. Es schmeckt nicht. Ich glaube sie wollen lieber spielen als essen. Appetit ist noch nicht so da. In der Früh ist alles gleich weg. Wie oft wird das jetzt am Tag bei? Also das kriegen sie dreimal. Also 4,5 Kilo. Thomas findet sie echt lustig. Immer wieder interessant wie die Hunde sich ihn aussuchen. Ich bin schon wieder ein bisschen hyper. Kann das sein? Du brauchst ein bisschen Valium, Schatze. Tu mal Essen. Der vergisst nämlich immer aufs Essen. Oh, der Rote vergisst das Essen nicht, oder? Nein, nein. Der ist hier ein ganz schönes dickes Bäuchlein. Oh, der macht jemand. Mach doch jemand sein Häufchen. Tschüss. Nee, Pipi. Da ist eins in der Tasche. Bei mir. Also Zünderfrau. Sie hat selber rübergegangen, Thomas. Ja. Ja? Ja. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich finde es da draußen aber cool. Ja, aber wenn du noch mehr fressen könntest du noch heute. Ja, aber sie müssen sich ja umschauen. Ja. Ich gehe mal zusammenschwitzen. Sie haben doch keine Zeit. Nee, das ist alles so spannend hier. Kann man nicht so viel essen. Mutter, sie werden schon süß. Schlägt auf den Magen. Die Aufregung. Wo ist sie denn überhaupt, die kleine? Wahnsinnige. Welche? Nicht meine. Warte am Tisch, wenn du unsere meinst. Ja, wo die Kack kam. Wenn du mir nicht auf die Füße kackst. Tschüss. Kannst du in Wasser rumkommen? Achso.